Wo bin ich hier gelandet? Achso, nach der Flucht. Wo sind die anderen? Was kann ich nicht? Was gesagt? Ich würde es sehr genießen, Sie sterben zu sehen, Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Das ist das Frühstück umgerührt. Hey, jetzt hab ich mein Frühstück umzurühren. Das war lecker. Das war ein Becken! Arschloch. Ha! Ja, das war voller cooler Move. Mr. Anderson. Ja, deine Geburt war auch sinnlos. Und beschwere ich mich? Ja. Na ja, da war noch ein Trick. Bam! Irgendwie... Magst du meine Tricks doch nicht. Ähm, ähm... Komm her, wir schicken auf den Schienen weiter. Da kommt ja immer ein Zug, dann kann ich mit dem Rack springen. Komm her, du! Sie werden schon schwächer. Es wird... Ach, halt auf deine Fresse! Und wir regeln jetzt wieder das auch. Ha! Was? Mr. Anderson. Keine Munition mehr. Hä? Der Zug fährt ein. Der Zug fährt ein. Bitte bleiben Sie hinter dir. Von der weißen Linie zurück. Sie... Ne, du hast nicht mitfahren. Das ist keine Fahrkarte, Kumpel. Tut mir leid. Ah, ich war mal was ich machen muss. Du musst das machen, ne? Warum weiter? Okay, ich bin hier zurück. Ja! 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 Ich muss mal einen Zug später nehmen. Okay. Mhm. Was muss ich jetzt hier machen, vorhin man kommen, ne? Ja, nicht der Agent Smith. Okay. Tabulator? Mr. Anderson. Ich weiß, dass Sie... Ich kann es... ...wittern. Alter, ich... Hey! Sie gehören nicht hierher, Mann. Sie müssen besser gehen. Los, schnell, gehen Sie besser. Oh, äh, ja, ich nehme einen Rat und Dank dann. Dööö. Yeah. Oh, geil, geht ein Wandspiel schon wieder los. Das ist, äh, das ist, äh, das ist ein Waffenballwände, zu baddern. Das ist der Agent. Bis zum. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. ok aber warum haben wir es denn nicht geschafft okay, Trinity scheint es geschafft zu haben aber wir sind der einzige, der es wir nicht geschafft haben wow Wand, super ankommt find ich gut tsch wiii nice ok kein gutes Zeichen ich muss ja irgendwie raus so kommt ja mal eine Bahn erste Klasse ja es ist erste Klasse was kein Ausweis, keine Mitfahrt holen Sie sich einen Ausweis in der Station ich warte er darf jetzt komm ich bin der Auserwählte wo ist denn der Ausweis oh hier na gut ich bin ich bin auserwählte Mensch verlaufen ja ja eine Menge Platz ja mit oder ohne Maske hm ok ja gut ich kann auch selbst fahren äh 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 ich dachte es gibt nur einen nur einen Waggon guter Witz haha ja du kennt man mich ich mach nur gute Witze äh was 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 ok Entschuldigung ich ähm fahr nicht so oft Bahn ich hab da nicht so Erfahrung einmal steh ich dann auch mal ein bisschen quer ganz normale Bahnfahrt habe ich auch immer also wenn ich mit der Bahn fahr ne dann passiert mir genau das gleiche Balboa, Vorsicht beim Ausstieg ja ja das war cool passiert mir auch immer ne dass die halbe Wand verschwindet aber halber Boden verschwindet aber ach da hast du schon mal ein Zug mein Telefon ah ja bestimmt mein Telefon kommen wir hier raus ja easy was muss ich das muss ich das Spiel verstehen muss ich das Spiel verstehen achso ich ich alles klar hol mich einfach hier raus ich stelle eine sichere Verbindung her aber wo bist du bloß wie in der U-Bahn kannst du mich denn nicht sehen oh ja da sieht nicht gut aus der Code ist defekt du hängst in einer Endlosschleife fest und wie komme ich raus eine Sekunde ok kann losgehen irgendwo im Zug muss es eine Notbremse geben aber vielleicht steht der Zug auch auf dem Kopf kannst du mir folgen Zug auf dem Kopf ja du musst die Notbremse ziehen wenn der Zug richtig rum steht und in die richtige Station einfährt beim Balboa Ausgang befindet sich eine Leitung steigt dort aus ok danke ok danke wie mache ich den Zug richtig rum ja ok einmal so einmal so nice erwähnt sich 100 gestürzt es ist ja jeder verkehrt rum äh was ist das ja ok ja auf die durchsage ist super super ok 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 na wie ist die Fahrt so sehr ähm anders heute aber wir sind heute mal ein bisschen speziell unterwegs Malboa, Vorsicht beim Ausstieg da mit im mit mit bei bei Barboa, Vorsicht im Ausstieg. Barboa, Vorsicht im Ausstieg. Barboa, Vorsicht im Ausstieg. Barboa, Vorsicht im Ausstieg. Okay. Wir sind da. Ah, okay. Ganz easy. Aber cool gemacht. Nette Idee, muss ich sagen. Haben wir mal was Besonderes. Gut. Kein Agent. Moment. Was? Wow. Wow. Junge. Ich hab eine Fahrkarte gehabt. Es gibt keinen Grund zur Aufregung. Oh. Tut mir leid. Nur weil ich keinen Maske betragen hab oder wie. Es tut mir leid. Der betracht auch keiner. Oh. Hey. Was will ich gleich angrabschen? Tsch. Ne. Auf. Um zu bottern. Was? Du wirst ein Agent. Tschüss. Hab jetzt ein Agent im Mut. Danke. Operator. Wenn raus aus dem seltsamen Zug. Aber wo bin ich jetzt? Hab dich. Du bist in der U-Bahn-Station. Oh Mist. Sie haben das Gebiet abgeregelt. Wie? Hör zu. Bei den Zügen, die nach Norden fahren, gibt es auch niedrige Wagen. Spring auf sie drauf, wenn... Klasse. Mr. Anderson. Oh. Sie beginnen langsam uns zur Last zu fallen, Mr. Anderson. Ja, du gehst mir auch mal eine Menge zur Last. Pff. Oh. Er hat immerhin eine Menge durchgemacht. Wir wollen ihn doch nicht enttäuschen. Dieser Mann ist verantwortlich für den Tod von mehr als einen Dutzend ihrer Kameraden. Jetzt schließt es also Zeit für die Abrechnung. Wird ja immer besser. Lauf. Oh, so was? Ich kann nicht laufen? Ich muss kämpfen? Okay. Ja, gut. Erledigt jetzt diesen Typen. Ja, gut. Erledigt mich. Aber heute noch. Schreibt jetzt endlich diesen Typen an. Mein Officer wurde ausgeschaltet. Ja. Und der nächste. Erster Zug. Ja, viel Spaß am Zugfahren. Dung. Dung. Achso, noch nicht. Wann geht's denn los? Jetzt. Bäm. Na, geht's denn nicht auf? Keine los? Finde ich gut. Kampfgeist. Ja, mach mich alle. Oh, du siehst besonders aus, Kumpel. Joko ist gleich dran. Hättest du den Kameraden losgeworden, Ben. Bleib unten. Ja, aber ich will nicht unten bleiben. Ich will nicht unten. Kein Interesse. Ich halte euch länger durch als ihr, ne? Äh? Update-Ziele. Ja gut, Update-Ziele war ganz gut. Ich muss irgendwie genau zu besuchen, mit einem Flachwagen in Sicherheit zu fahren. Okay. Okay. Nein! Du hast mich aufgehalten, oh nein! Nein, nein! Nein, nein! Okay! Yes! Oh Gott, genau die Garnatur geschmissen! Tschüss! Holy! Okay, das war knapp. Ah, gut! Der Zug ist gestoppt! Wir gehen rein! Los, los, los! Puh! Das war knapp! 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 Sein Auge ist eine Sternstuppe! Seine Handeln wie ein Blitz! Ein Schwert, das Menschen tötet! Ein Schwert, das Leben schenkt! Ja! Andere heilen! Okay! Nice! Gut! Andere heilen! Wächter! Tank lad den EMP! Ich will nur... Was soll das? Das ist mein Telefon! Schnell, hol mich hier raus! Den kannst du nicht einsetzen, solange er drin ist! Er wird es schaffen! Hä? Los, Neo! Sie haben keine Chance! Alter! Was ist denn hier los? Wo? Hi! Anderson! Oh! 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 Da ist noch jemand! Ähm! Ja! Wir sitzen hier! Wrestling oder was? Hey! Du wirst doch wieder! Du wirst doch wieder hier lang! Oh! Da ist noch jemand! Ähm! Ja! Wir sitzen hier! Wrestling oder was? Hey! Du wirst doch wieder hier lang! Du wirst doch wieder hier lang! Zurück... Da die Tür! Ah! Okay! Yeah! Dann hier, ne? Ähm! Nimm die Trub! Weglaufen nützt doch nichts, Anderson! Natürlich! Du, 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 du! Ich lauf weg! Vor irgendwelchen doofen Agenten! Yeah! Hi! Oh nein! Aus hier! Na, was guckt ihr denn schönes? Ah! Sehr schöne Sendung! Hab ich auch immer gerne als Kind geguckt! Tschüss! Yeah! Ich! Der Stock! Okay, danke! Wow, 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 wow! Okay! Äh! Erster Stock! Ja, der war gut! Halt dich doch fest! Oh! Oh! Der war nicht schlecht! Holy! Okay, das war knapp! Oh! Das war's dann, Mr. Anderson! Du siehst also! Unmöglich! Du kannst unmöglich tot sein! Ich liebe dich! Und jetzt steh auf! Der auserwählte! Du hast eine höhere Bewusstseinsebene erreicht! Na, wie immer! Kugeln! Stopp! Im Stehen! Nutz! Schumpenscheid! Besteuerung! Um wir projekte anzuhalten! Halte sie zum Auffang zurück! Und zermastet eins um die, um die, um die Objekte zurück auf die Falle zu feiern! Ähm! Okay! Moment mal! Jetzt hab ich ne Chance! Ich hab ne Chance gegen die scheiß Agenten! Oh! Okay! Okay! Gut! Übermut! Tut immer gut! Egal! Jede! Ja! Ja! Und ja, es ist schonmal halb tot! Ist ja egal wie schnell ich bin, Hauptsache! Ich hab halt halb... Ah! Oh! 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 Das war nix. Okay. Jetzt bin ich der Auserwählte. Also jetzt, ja ich war ja schon immer der Auserwählte, aber jetzt habe ich die Macht. Du denkst, du bist cool, he? Yeah. Ups. Oh. Oh, 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 oh. Ah. Fuck. Okay, der erste steht auch noch. Okay, er ist weg. Der erste, der steht noch. Oh, oh, oh. Und der zweite geht auch baden. So, Kumpel. Noch du nicht. Du Flachwächser. Und tschüss. Und tschüss. Na, siehst du, langsam. Nein, nein, bin ich drin, Leute. Wird immer stärker. Tschüss. Ich bin weggetreten. Gut, das war's. Danke. Und du bist auch noch agent, ne? Du bist ja bloß los, ja. ja mehr ist doch nicht drauf du billo agent menschens kinder der billig was ist macht doch mal ein maul auf wenn du mit mir sprichst du kannst ja gar nicht ich bin jetzt einfach ins bock sagt ja gut das sind agenten was und 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 Ich werde den Hörer auflegen und den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen sollen. Eine Welt, in der alles möglich ist. In der Zeit nach der Ankunft des Einen bis zum Ende des Kriegs schuf Neos Präsenz in der Matrix zahllose Kandidaten für uns. Einfrieren. Da Neo für sie nicht aufzuhalten war, wandten sich die Maschinen jenen zu, denen sie noch schaden konnten. Die Wächter stellten einem der Schiffe eine Falle und fanden im Computer des Schiffes eine Liste ihrer Namen. Die Agenten ließen ihrem Zaun an diesen hilflosen freien Lauf und Neo war der Einzige in ihrem Weg. Das ist jetzt, glaube ich, Matrix 2, ne? Ah, ich habe die so lange nicht mal gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie die Enden. Ich dachte, das Ende wäre gewesen, das ist ein Ding. Aber ich habe die auch noch ein einziges Mal gesehen. Also eins mochte ich richtig gerne. Zwei. Ja, also zwei hat cooles Szenen, aber deutlich schwächer als der erste. Und 3, 3, das war auch nicht mal so meins. Also ich brauche den Endkampf bei 3. Ähm, Matrix 3, aber das war nicht mal so meins. Also eins ist halt immer noch der Beste. Meine Meinung. Sein Auge ist eine beste Ferne. Dann wäre es halt auch zu tun. Achso, erkenne, einmal nutzen, auch so. Okay, gut, gut. Luft anstunden. Ja, gut, cool. Damit das.